Was war das für ein Outlast heißt das Spiel? Ja, ein bisschen Angst habe ich schon gehabt, jetzt so Pippi in die Windeln drin. Ja, ich gehe nochmal in so eine große Halle rein, selbstverständlich. Meiner auch, meiner schläft auch, der hält es aus. Ich bin sicher nicht dein Freund, geh ja weg, hau ab, lass mich in Ruhe, ich mag dich nicht, geh weg, hau ab. Ich habe gelernt, ich soll nicht mit fremden Männern reden. Ah, mach zu. Er will mir helfen, dann rede mit mir durchs Gitter. Der hat ja keine Arme, der kann das nicht aufmachen. Ha ha, ha ha, du Opfer. Er will mir ein Geheimnis, ich sehe seidig aus. Ich habe keine Angst. Ich habe aber Angst, wenn ich ehrlich bin. Danke fürs Folgen. Ich brauche auch eine Umarmung und kriege sie nicht. Warum verfolgt denn der mich? Muss ich mit dem reden? Ich glaube, ich sterbe, wenn ich mit dem rede. Lauf, lauf doch! Und dazu. Ah, von hier bin ich doch hergekommen. Ah! Ich spiele sowas aktuell ein bisschen öfters, ja. So, da war ich überall schon. Muss ich jetzt wirklich mit dem reden? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich spiele eigentlich da hoch. Hier, die da oder was? Es juckt ihn, ich soll ihn kratzen. Was soll ich denn da machen? Ach so, hoch. Ah! Ah! Ich bin so dumm. Du bist jetzt schon raus. Folgt der mich? Nein. Oh, sowas mag ich. Ah! Ah! Boah, das war voll lieb von dem. Dass der mir da geholfen hat. Öh! Der findet, dass ich seidig aussehe. Kann den nicht rauslassen. Nicht, dass der mich auch noch darunter schützt. Das ist einfach dumm, weil da steht da schon einer an dem Gitter jetzt. Das ist ein Kennen mit dem Angelegen. Der spielt Lahm, das stimmt. Der spielt den Namen. Du sie Septikä Display. Ich kann das nicht tun. Der ist schon glücklich. Der steht schützt. Der ist immer glücklich. Dad ist immer glücklich. Das stimmt. Was impost das? Die statements war. Da können wir gleiche Ding. Bitteri! Ihhh, der Leiner... Ihhh, Durchfallkot! What the fuck?! Oh, der Speichert! Nett! Wie kam denn der hinter mir? Wo ist denn der raus? Ah, folge dem Blut. Okay, ich schau erst mal hier nach. Da irgendwas leuchtet. Da. Ihhh, zur Battery. Okay. Huh, okay, und los! Attacke! Ballrider. Dunkler Raum. Ne, ich habe keine Wache. Danke fürs Folgen. Kann ich da rein? Okay, das ist schon mal ein Signal für, ich muss mich gleich wieder verstecken. Was ist das für ein riesiges Loch? Natürlich laufe ich einfach rein. Ich habe meine Wäsche noch geholt, ja. Die ist, äh, dann im Trockner gelandet. So, jetzt bin ich ja unten drunter, bin ich hier jetzt sicher. Vor allem. Okay. Ich komme rein und kriege als erstes den Auftrag, wieder rauszufinden. Das ist toll. Ist da irgendwas? Da kann man drüberhupfen, dann gehe ich erst da lang. Natürlich. Huh. 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 Die sind ja sogar hier unten. Hallo? Bleibst du liegen? Wie lange dauert denn das Spiel noch? Bin ich bald durch? Wie lange dauert denn das Spiel noch? Wie lange dauert das Spiel noch? Normalerweise am nächsten Tag, nachdem ich live war. Ich bin erst am Anfang. Na, geil. das klingt so machst du das nicht da hinten ist einer danke dir auch dann tschau tschau und der dude hin man erkennt halt einfach nix ich hoffe dir oder ich hau einfach ab das dich im stich nicht hierher gekommen okay da ist eins viel spaß beim zocken kommt da ne warnung bei dem live stream wenn der da jetzt vorbeigeht sieht er mich urlaub nennt sich das jacqueline urlaub alles klar oh wie ich dich hasse wie ich dich hasse oh Gott oh shit schneller schneller bevor der wieder kommt lauf steh halt auf lauf jetzt hab ich vergessen in welchem raum ich schon drin war ich glaube da rechts dann geh ich jetzt hier links ist das wieder so ein verarscher ding ja ist das derselbe raum wo ich nicht vorhin schon war ich hasse es will ich jetzt echt ich hasse es shit man da muss ich jetzt links wofern es hier einen links gibt wo ist denn der ich höre ihn aber wenn ich rückwärts laufe sehe ich ja nicht was 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 äh wo der weg ist der gang vor mir jetzt oder was ich komm aus bayern ja da bin ich grad da wo er rein rennt muss ich rein da bin ich doch grad gewesen oder nicht jetzt war ich jetzt hab ich zu lange gebraucht hä da bin ich doch grad gewesen ich dachte eigentlich dass ich hier hin muss mach da zu mach das rückgespült errungen scharf kann ich die nicht einfach so farb einmal auf den kopf schmeißen oder so scha- überneblich geworden hier wie er falsch lag ich musste ja ich war schon richtig hab alles richtig gemacht geh weg ich glaub mir jetzt so wie der aussieht ist der kein obst oder gemüse da hinten laufe mein freund oh laufe boah sehr geil geregelt wuhu ha wenn das so weiter geht dann hab ich ja fast ein speedrun level erreicht das bin nicht ich das sind die tomaten das spiel heißt outlast 55 follower sind schon neu 100 wären toll wenn ich 100 schaffe ein tor so danke fürs folgen 200 leuten über 200 leute leute jetzt bei über 200 leuten jetzt dürft ihr aber mal schnell das plus weg machen also bitte ich äh ich hab wirklich dicke wurst in meiner hose drin für euch vor angst da muss was gehen ja ha 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 okay okay schicksal baby gut hier wieder rauf oder was hu ja hau ab du ollum dankeschön fürs folgen an alle die es glatt getan haben gehen wir dahin wo die schreie sind wir gehen dahin wo die schreie sind und zwar mit lautem trara der ne taschenlampe der bruder ne taschenlampe oh was bist du denn ich kann sagen wir sind gleich du wirst noch wissen was real ist der doktor ist tot du kennst das richtig der doktor vernegade die sterbe bevor er hier zu arbeiten was für die experimenten ein toter bevor er nicht lebende patienten das ist die question ich würde gerne ein foto von dir machen jetzt ist da schon wieder so ein loch aber die kriegen doch jetzt nicht ernsthaft noch taschenlampen sag mal ja eben um die uhrzeit 285 zuschauer wohl bemerkt das sind wir wir knacken jetzt an Leute bitte mal alle auf folgen drücken jetzt ich erwarte jetzt 200 neue Follower äh männlich oder weiblich männlich oder weiblich männlich oder weiblich bei 8000 diamanten gehe ich zu den weiblichen nein ich gehe auch so darüber aha da ist abgesperrt ist aber Pech das ist der erste Teil ich habe einen twitch account der ist in meiner bio verlinkt ich habe Whistleblower tatsächlich dabei aber wahrscheinlich wird es zeitlich heute nicht mehr für Whistleblower reichen ah du schön ich weiß ja nicht mal wie lange das Spiel hier noch geht hast du das gehört nein ich bin gerade nur in TikTok live ah die Carina ist auch da das ist schon wieder so aufgebaut dass man hier hin und her laufen kann keiner verfolgt das ist der erste Teil zweite Teil kommt vermutlich am Wochenende hallo aufmachen bitte äh äh vielen Dank für die Batterie die werde ich brauchen wieso kann ich denn da hin danke schön danke auch fürs Folgen an alle die mir folgen vielen Dank da muss ich da hoch oh da hängt einer was ist denn los hier oh ich hasse Wasser Wasser ist einfach Gift ich bin noch am Anfang wenn ich es richtig verstanden habe mach das da los mach das mach da hoch es webt die Erde es rüttelt der Boden ich laufe mal dahin das sieht ah da kommt ne fette Drecksau ah nein doch nicht hier wie soll ich den abhauen heiße Semmeln essen Leberkassemmeln ok das sieht aus als könnte ich hier nicht lang ich hab grad schon gelesen oh je ich kenn die Stelle bist du heute erst angefangen ich hab vor einer knappen Stunde angefangen es muss hier doch irgendwas geben das mir weiterhilft diesem Typen dazu entkommen der da irgendwo im Finstern auf uns lauert ganz im Süden bei Garmisch ich seh ihn nicht mehr und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht wo ich hin muss aber da leuchtet was da will ich hin ah das ist ja kaputt mach das du Affe kann der Leitern klettern ah bist du blöd geh wieder hoch geh wieder hoch ah jetzt hockt da einer ticken sie sich den haben wir mal ordentlich ich schwitze oh Gott ich schwitze in so einer Bauchspalte drin gut dass ihr das nicht sehen und riechen könnt danke fürs Teilen ah ja ok weiter geht's gut what the fuck was bin ich und wieso ah ich hoffe ich laufe richtig ich weiß es nicht oh da war schon wieder einer ich habe noch drei Batterien was passiert eigentlich wenn ich keine Batterien mehr habe dann ihm laufe ich hinterher der sieht ängstlich aus genau wie ich der läuft Richtung Gulag ich ignori einfach alles ist das alles ich kann einfach nur nichts mehr sehen oh da will ich unbedingt rein oder auch nicht ja aber passiert da sonst nichts wie kommt man denn dann weiter wenn man nichts sieht ok hätte man auch leise dran vorbeigehen können aber gut was was bild ich mir ein sowas zu sagen hier passiert doch irgendwas erzähl mir doch keinen Scheiß flachs mich nicht Bruder der Fuß hat gezuckt äh lass dich da drin verrotten vielen Dank fürs folgen ja mit Kamera ist das tatsächlich nicht so schlimm hä bin ich hier vorhin halsbrecherisch runter gerannt oder gehen hier ab da will jemand rein ich lass die Kamera einfach laufen das kostet mich ja keine Batterie nur die Nachtsicht ich bin so dumm es steht ja da wenn ich sie öffnen kann egal geh in den Schrank da ist noch eine Kamera nimm die doch mit hä du bist der einzige Mensch der hier einen Schrank sieht oh was ist das das ist eine Krankenstation wer redet denn da ist da einer drin ist da einer drin naja ok ich hab den Ausgang gefunden aber ich hab irgendwie das Gefühl hier liegt vielleicht nicht irgendwo ah ich wusste es kann ja nicht sein dass da so lange keine Batterie kommt Leute voll nett von euch dass ihr mir auch noch folgt hallo ich glaub wir hatten einmal fast 400 Leute was geht jetzt ab oh lass mich hier weg lass mich hier hier ist bloß weg oh shit ich bin so dumm ich bin so dumm Hürrikan! Darby! Und du... Ich bin kein Mensch. Aber ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch! Ich bin kein Mensch! Ich bin kein Mensch! Grüß dich! Oh Gott! Oh Scheiße, ey. Oh Leute, ich muss kurz, ich schwitze. Boah! Boah, das war jetzt, ich habe nicht gedacht, das war nur Instinkt gerade. Boah. Boah. Alter. Der arme Typ, der da drin ist in dem Spiel. Scheiße, 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 Scheiße. Ah, Scheiße, ich lauf den noch in die Arme. Komm, es geht halt einfach weiter. Ja, nein, 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 nein. Er will sein Geld, gib ihm sein Geld. Mein Hund haut schon ab, der hat auch Angst vor meinem Geschrei da. Hey. Oh, Scheiße. Who's down there? You're not one of them, are you? Quick, get in the dumbwaiter if you want to live. Wes. Stay away! Stop, Jeff, please! Oh, my God. You're the right choice, Scheiße. What? Hey. You're the bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh? Buddy, the old two Martini lunch? Have a little confab, blah, blah, blah. Im Vergleich zu den anderen sieht er tatsächlich vertrauenserweckend aus. So ein bisschen Borderland-mäßig. Nicht spoilern. Danke fürs Wochen. You know, I love the mountain air here at night. You want to head out? Take a stroll? Go ahead, I'll head here. Go on, run free. Warum sind die denn alle so ledrig? Da ist ein Fluchtweg. Ja gut, dann fangen wir, was für eine eglige Arschritze. Sie wissen, ich bin ein bisschen Angst, wie viel Zeit du hast mit Fr. Martin. Ich weiß, ich hoffe, dass du ihn nicht verletzt hast, mit all diesem... ...Holier-than-thou, Bibel-thumping. Keine Ahnung, der Mann, aber ich manchmal Angst, dass er einfach ein bisschen verrückt ist. Es ist unverstanden, viele Leute werden Angst. Es war wie, um zu Gott oder was anderes zu verletzen. Gott stirbt mit dem Goldstein. Wir sind jetzt in eine konkrete Hoffnung. Du musst Paul holen, um zu betrachten, Peter. Es gibt keinen anderen Weg. Mörder ist das einfachste Problem. Aber was passiert, wenn alles Geld weg ist? Alles Geld wird ein Fahnen. Und das ist das, was ich hier für bin. Habe ich 100% alle Trophäen gesammelt damals. Miss you. Believe. You paying attention? Don't pass out on me. We're so much for you to observe. Nein. Da. Was ist dein Fahnen? Das ist besser, nicht? Hier ist eine andere Rolle, wie ich Ihnen schieße. Wir haben der Konsexer nicht zur Produktion gemacht. Dieses Ding... ... ist zu zahlen! ein bisschen weh machen wieder das ging ja einfach mal früher machen können natürlich die kamera ist ganz wichtig in halb tot aber ich nehme die kamera fast 400 leute bei der scene sind fast 400 leute dabei das ist sehr spannend